Hier haben wir uns ein paar komische Zauberer und Flammen. Die Flammen ist schwach gegen Feuer. Seht ihr? Zwei Angriffe mit Feuer und die Flamme ist weg. Wie auch immer das geht. Hier ist eine geheime Türe oder ein geheimer Durchgang. Das ist etwas, wenn man mit dieser Musik hier arbeiten kann. Wir gehen jetzt zurück zu Feuer. Brenne Flammen. Burn fire. X-Cure gibt es hier auch. Vor denen müsst ihr euch ein bisschen achten. Die Zauberer sind auch hinterhältig. Das ist ja ein guter Schaden. Die machen natürlich Schaden. Müsst ihr aufpassen. Aber mit einem Goldschild ist das kein Hindernis. Es kann auch sein, dass das Silberschild die Schüsse abblockt. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen. Lassen wir die Flamme mal im Leben. Oh, du musst jetzt sterben. Das hast du dir verdient. Bäm, Bäm. 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 Hier müssen wir einmal drumherum. Weil die Schalter uns da rüberschieben. Bäm. 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 Ich glaube, von denen gibt es sogar noch Super-Magietränke. Ich werfe mal einen davon weg und... Ach, Heißzauber für Lau. Mehr nicht. Die wollen wir erstmal aus dem Weg räumen. Na, lässt er uns hier mit seinen Sperren keine Hilfe. Diese Sperre, die ein Ballgegner nicht vernichten können, was Schlechtes. Hey, Level Up. Nice. Wieder mal Reife. So, hier müssen wir Gegensatz des Uhrzeigersinns über die Schalter. Na, stirb. Gut. Eins, zwei, drei. Klingel. Oh. Bad Fire. So. Die halten noch ein bisschen viel aus, als ob sie uns vom schwachen Angriff fährt. Die können nämlich deutlich höher sein. So. Jetzt sind wir in einem Punkt angelangt, wo wir nach rechts abbiegen müssen. Aber... Na, wenn ich hier heil durchkomme, speichere ich mal lieber ab. Ach, ihr seid mir sehr im Weg. Geht mal weg. Gut. Es sollte klappen. Aber jetzt müssen wir dich loswerden. Das war fast ein bisschen dumm. Naja, jetzt müssen wir hier nämlich den Schalter betätigen und durch die Tür gehen. Aber der Schalter bleibt nicht dauerhaft aktiv. Also, brauchen wir etwas, um uns da raufzustellen. Damit er die Tür aufhält. Hallo? Buh. Ja, ich sag's ja. Ab und zu wollen die Schneemänner einfach nichts. Also. Einfach mal ein Reset und einen Stand laden, damit die Gegner wieder auftauchen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns der noch nicht den Weg da versperrt. Hau ab, Feuer. Sehr hilfreich an dieser Stelle auch, dass das Feuer dem Schneemann nicht schmilzt. Na, jetzt geht die Tür auf. Da spielt man es manchmal nicht, was es will. Absolut nicht. Naja. Jetzt wieder springen die Dinger aus deiner Höhle. Und einen Schatz. Eine neue Axt für uns. Eine tolle neue Axt, die viel Power hat. Um sechs Punkte mehr. Wacken? Der Speer hat wie viel? 40. Okay. Vier Punkte mehr Schaden machen können, ist nicht schlecht. Bäm. Tote Maus. Einmal Mettung an die Wand. Wunderschön. Jetzt gehst du mir aus dem Weg. Gehst du mir aus dem Weg. Danke. Du auch. Danke. Na, kann man euch mit einem Axt-Hieb? Ja, es geht tatsächlich. Auch gut. Wahaha. Ich glaube, ich will heilen. Ja, war eine gute Entscheidung. Hier ist eine Sackgasse drin. Da wollen wir nicht rein, da ist nichts drin. Außen würden wir einen Schlüssel verschwenden. Wenn wir da reinlaufen. Und hier sprecheln wir wiederum ab. Da uns in diesem Raum Davias begegnen wird. Und zwar jetzt. Mit Never Defeat Me hat er nicht ganz so Unrecht. Der Kampf ist tough. Aber. Hör ich die gerne Musik an. Während ich ihn hier zusammenschnestle. Und einfach permanent den Cure-Zauber spamme. Das ist die wohl einfachste Methode. So geht's sehr schnell. Normalerweise müsstet ihr den Feuerbällen, die nach unten zu euch an die Kante rankommen, ausweichen. Und vielleicht die Axt werfen. Oder mit der Peitschuh draufhauen. Aber so geht's auch. Voraus geht's, ihr habt genug Magiepunkte. Und das Abo-Lett ist schon wieder weg. Ja, Geruda fliegt über Mountain Rocks. Das war der unheimliche Berg in der deutschen Mission, ja. Und Davias ist bezwungen. Tschüss Davias. Rest in pieces. Ja, die Hafenklinge werden das Gras vertreiben. Gut. Er bleibt hier und spielt ein Requiem für Amanda. Schön. Das soll er tun, ja. The Magic Book of Mutes. Schön. Dann werden wir doch nochmal bis zum nächsten Part Amanda gedenken. Ein paar Schweigeminuten einlegen. Wir kannten sie nicht so gut, aber... Naja. Amanda, ne? Und willkommen zurück bei Mystic Quest. Wir haben uns in der letzten Folge von Mende verabschiedet, ihren Bruder befreit und er wünscht jetzt viel Glück. Danke. Zudem haben wir jetzt auch in Yad, wo wir nie mehr hin zurückkehren werden, tolle Musik. Ach, haben wir uns nochmal eine Runde aufs Ohr, oder? Und dann... Ja. Jetzt ist Davias nicht mehr am Regieren. Hahaha. Der ist tot. Ach, Hermann, ich könnte euch noch was zeigen, was auf der linken Seite von Yad ist. War das hier oben? Ne, hier war... nichts. Das sind ja auch keine Palmen. Das gab ja auch irgendwo noch so Magie-Shops, wo ihr diese... Ice-Items oder so kaufen könnt, ne? Oder Feuer. Ganz viel, ihr mögt. Müsste eigentlich hier irgendwo unten links sein, aber... Wir brauchen das nicht. Wir haben genug dabei. Ja, und durch Läster ist jetzt hier das Gas verschwunden, weil er die Haare verspielt. Und wir machen es auf Richtung Berge. Und früher dachte ich eigentlich immer, man könnte mit der Streit-Axt dass diese Wehrbelfel auf einen Schlag umliegen, aber dem ist wohl nicht so. Passt auf von diesem Fisch. Oder Piranha, ich weiß nicht. Irgendeine Art Fisch. Das mich viel aushält und gut Schaden machen kann, aber er ist tot. Jetzt ist er tot. Der Fisch, der ist tot. Von diesen Gegnern kann man unter Umständen auch viele Erfahrungspunkte bekommen. Man muss sie ja auch nicht unbedingt töten jetzt, aber die sind halt vorläufig im Weg. Gerade hier an den Rankenbereichen. Da stören sie euch nur. Na, ist hier ein Shop. Jawohl. Ja, hier Magietränke, Feuer, Blaze. Ich glaube, es ist stärkerer Flammenzauber, Frost, stärkerer Eiszauber, der keinen Sinn macht. Na, Stille. Das ist für Mute. Und Pillow. Das ist nutzt dieses Zeug hier eigentlich. Nein, nein. Ich habe zweimal einen Medhoc. Es sollte ausreichen für das, was ich vorhabe. Okay, ich habe doch einen Medhoc. Na gut. Alles klar. Wir sollten gerüstet sein für das, was uns bevorsteht. Wenn nicht, wäre es nämlich ziemlich dumm. Denn so ein paar Schlüssel und vor allen Dingen Spitzhacke brauchen wir später. Eine weitere Höhle. Welche übrigens die Höhle am Wasserfall ist, wo Dark Lord damals Studios gefunden hat. Und hier müsst ihr aufpassen, die sind gefährlich. Die Kollegen sind sehr gefährlich. Keine Ahnung, ob das Goldschild die Schüsse abblockt, aber naja. Das Goldschild bot auf jeden Fall die Magie. Der Zauberer. Das hilft mir. Naja. Ein paar Dornen im Weg. Die sind kein Ding. Wir haben eine Axt. Kein Problem mit der Axt. Ich töte euch lieber mal hier. Vielleicht kriegen wir noch ein Level ab. Wir kriegen noch ein Level ab. Fortune Teller. At its best. X-Cure. Okay. Ein paar von euch. Lieber mit einem Feuerzauber machen. Offen das Silberschwert, der für geht. Das Magietrank macht gar nichts. Hier können wir jetzt die Axt benutzen oder aber die Peitsche. Theoretisch benutze ich hier eigentlich immer die Peitsche. Auf welchen Speer. In jedem Fall wechseln wir zum Heilungszauber zurück. Die Peitsche ist eben gut, wenn ihr dann das Krabbenmonster auch unten angreifen wollt. Da es sonst wirklich schwer, sehr schwer zu treffen ist. Du brauchst halt die Peitsche dann so ein bisschen dafür. Es geht eigentlich dann nur um die Reichweite. Es ist übrigens die Metallkrabbe, wenn man es so wissen will. Natürlich wollt ihr das wissen, ne? Ne. Normal macht man das ja mit der Axt, wie eben schon gesagt, aber ich finde die Peitsche eigentlich praktischer. Weil ihr eben dann auch an der unteren Stelle hier eigentlich auf die Krabbe einhauen könnt. Und da ist sie schon tot. Metalkrab down. Die Metalgiga Metalkrab. It's Krab now. Das war witzig, weil Krab und Krab sich gleich anhört.